Hallo ihr Granatoten, hier spricht wieder euer Cordwix und heute zu wieder einem Video und weil längst keins mehr gekommen ist, habe ich gedacht, komm David, du musst jetzt eins machen. Ja, wir spielen erstmal Black Ops 1 hier auf Team Deathmatch und schauen auf welche Gruppen wir reinkommen. Ja und heute will ich mit euch ein bisschen reden über meinen Kanal, warum so keine Videos rausgekommen sind oder überhaupt was mit mir los war. Also ja, spielen wir auf Hyrana Team Deathmatch und schauen wie wir da gut abschneiden. Ja, ich mache jetzt längere Videos, also ich mache so zwei Folgen hintereinander, weil ich will noch mehrere, weil ich bin heute ein bisschen krank und ja, ein paar Folgen mehr aufnehmen. So, wir nehmen die Uzi und steigen hier erstmal einen mit ein. So, los geht's. Ich hasse diese Map eigentlich, das ist nicht so mein Ding, aber es muss jetzt sein. Ich kann jetzt nicht einfach wegschalten und so. Aber, oh, oh. Ja und nicht wundern, wenn ich manchmal nicht rede, wenn ich manchmal nicht rede, weil ich muss mich auch konzentrieren oder so. Ja. Ähm, ja, warum ist längere Zeit keine Videos rausgekommen? Ganz einfach, weil ich in der Schule nicht so gut abschneide, wie ich gedacht habe. Und deshalb wollte ich, äh, habe ich meinen Xbox bei meiner, ähm, Oma gelassen für eine Woche und so. Für eine Woche und so. Und dann wollte ich mal ein bisschen, äh, bessere Noten schreiben. Aber jetzt ist es ja wieder hier. Und, äh, das WLAN ging ja nicht so. Das WLAN ging ja auch nicht so richtig, ähm, mit. Und dann, ähm, und dann, ähm, habe ich es einfach bei meiner Oma gelassen. Aber jetzt geht wieder alles. Mehrere Videos wieder. Freunde, freut euch drauf. Und wenn ihr meine Videos nicht mögt, dann sagt ihr bestimmt, oh, der Penner macht Videos. Und so. Oh nein. So, dann müssen wir jetzt rein. Ah, die wussten, dass ich komme. Okay. Ah. So. Das läuft dann. Ihr schneidet ja echt gut ab, Freunde. Ja. Und, ähm, ähm, die, ähm, ich würde auch mit Christian ein neues Projekt starten. Ah, das kommt noch bald. Ähm, ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber es wird sehr lustig, liebe Freunde. Wird sehr lustig, liebe Freunde. Startet zu, äh, im Jahr 2014. Vielleicht kommt noch andere YouTuber mit. Von Christian oder von mir. Ich weiß jetzt nicht, wer Bock hat oder so. Aber, so sieht man es. Ah, ich gekostet, aber, so sieht man es, ich lege mich nicht. Ich lege, rüber auch Sonoader. Das ist direkt vor mir darauf. Also, das ist jetzt doch irgendwie governor. Also zweitens ihr Join. Aber jetzt habe ich auch noch andere Fotos, dieいつ radiation Ich bin nicht die Bambus-Leitung, er hat die Bambus-Leitung. Okay, einmal hier rüber rennen. Bam, bam, bam. Und was wollt ihr denn noch von mir sehen, Freunde? Sagt's mir ruhig. Boah, ich hab gedacht, das wär mein Freund, mein Herr und Frau. Ähm, jetzt gehst du langsam. Oh, Freunde, das regst du auf. So, ich hoffe, das geht jetzt gleich weiter. Ja. Wenn's noch einmal geht, dann suchen wir's ne neue. Heia. Heia. Und jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt nur 8 Minuten so aufnehme. Oder halt, ich nehm' jetzt, äh, ich nehm' jetzt vielleicht diese Runde auf. Weil ich will noch was anderes aufnehmen. Weil manche sagen dann, zum Beispiel, äh, so, äh, Wolltwick sagt, und bestimmt, der ärgert sich dann wieder. Hör, du sag' längere Videos, du sag' längere Videos, und dann, äh, da machst du keine und so. Aber ich kann auch nicht alles erfüllen. Ich sag' halt, dass ich längere Videos mache. Hallo meine liebe Freunde, ja, ich hab' gerade unterbrochen, ich hab' jetzt keinen Bock mehr auf die scheiß Map da. Ja, wie spiel' jetzt das auf W, 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 M, W, Krabu, B, Schatzmann, ähm, Team Deathmatch. Ja, und da spielen wir nicht das ganze Spiel, sondern ein paar andere Spiele. Ah, jetzt können wir eigentlich noch zu Ende spielen, das können wir noch eigentlich zu Ende spielen. Die 6 Minuten passen noch drauf. Also, ich versteck' mich immer hier. Also, ich versteck' mich immer hier. Nein. Ah, scheiße! Na, Mais kann ich da das gewenden. Ai, 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 ai. So einer? Nein. Okay. Okay. Okay, einer haben wir mal bekommen. So, da hinten läuft irgendeiner. Ah, hier. Ach komm. Das ist fies. Hey, auf fix nochmal. Habe ich ihn bekommen? Nein. Habe ich nicht. Hey, auf fixe hat ein Scharfschützengewehr, da kann ich nichts machen. So für Unterhaltung ist es jetzt bestimmt langweilig und so. Aber ich will jetzt hin. Oh, 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 nein. Ich wusste, dass er da ist. Meine Güte. Ist das langweilig. So, der ist jetzt allangelaufen. Und, und, und. Ah, fuck. Wollte ein bisschen abwarten. Und, 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 und. Wow. Boom. Ja, okay, das haben wir verdient. Dies haben wir verdient. Wow, 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 wow. Wo ist denn raus? Raus, Rückzug. Nein. Wir waren so nah dran, Freunde. Pass auf. Ach, komm. Komm. So, va. Komm, wir gewinnen jetzt. So. Ah, hier. Ja. Yes. Und sie kam mir hier bei Black Ops 1. Danke für's Zuschauen. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.